Quartz, das geniale Kreuzwortspiel von Candy Games. Jede Runde beginnt mit einem Wurf von fünf Würfeln. Die beiden Farben auf dem schwarzen Würfel zeigen an, welche beiden Buchstaben zur Auswahl stehen. Jetzt trägt jeder Spieler einen dieser Buchstaben in seinen 5x5-Raster ein. Das Fragezeichen-Symbol erlaubt es dir, einen beliebigen Buchstaben auszuwählen. Nach 25 Runden ist das Raster gefüllt und es ist Zeit für die Punktewertung. Je länger ein Wort ist, desto mehr Punkte bringt es ein. Wenn es dir gelingt, in jeder Reihe und in jeder Spalte ein gültiges Wort zu bilden, erhältst du einen lukrativen Bonus. Drehe das Blatt um und probiere die Profi-Variante aus. Hier zählen die beiden Mittelachsen doppelt. Das Joker-Feld ermöglicht es dir, einmal während des Spiels einen beliebigen Buchstaben auszuwählen, was dir eine zusätzliche Chance auf hohe Punkte gibt. Du kannst Quartz mit beliebig vielen Leuten spielen oder auch ganz hervorragend alleine. Die Solo-Tabelle zeigt dir an, ob du großartig, sagenhaft oder spektakulär bist. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.